Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Zader, Herrscher im Weltraum, vorstellen. Dieses wurde am 11.11.2023 von Play on Pictures veröffentlicht. Als Cover haben wir hier die Variante A mit dem alten deutschen Kinoplakatmotiv. Links eingeblendet seht ihr Shop-exklusive Cover B mit dem alternativen US-Plakatmotiv. Hier dann einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier zwei Audiokommentare, die Dokumentation Shoestring Space Opera, ein Interview mit Richard Thomas, den deutschen sowie den Originaltrailer, sowie auch eine Bildergalerie. Dann hier einmal das Cover aus der Nähe. Und ich liebe ja dieses alte Design. Hier dann einmal noch die Rückseite. Da haben wir einmal die Blu-ray mit einem durchgehenden Motiv, welches von der Rückseite ins Booklet übergeht. Da die DVD und auch da das durchgehende Motiv. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 20-seitige Booklet mit einem Text von Stefan Jungblättern. Hier erfahren wir etwas über den Produzenten des Films, Roger Corman, und bekommen auch einen recht interessanten Einblick, was die Produktion von Sader betrifft. Einziger Wermutstropfen hier ist, dass wir keinerlei Bebilderung innerhalb des Booklets bekommen. Sader, Herrscher im Weltraum, ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1980, der von Roger Corman produziert und von Jimmy T. Murakami inszeniert wurde. Die Handlung des Films spielt in einer fernen Zukunft, in der der friedliche Planet Archea von dem tyrannischen Sader und seiner Armee bedroht wird. Der junge Farmer Shad, gespielt von Richard Thomas und dem meisten besser bekannt als John Boyle Wharton, begibt sich auf eine Reise, um Unterstützung von anderen Planeten zu suchen. Er versucht, eine Gruppe von Kämpfern zusammenzustellen, die bereit sind, gegen Sader und seine überwältigende Übermacht anzutreten. Auf seiner Reise trifft Shad auf verschiedene, außergewöhnliche Charaktere, darunter die Kriegerin St. Axeman, gespielt von Seville Denning, und den Space Cowboy, gespielt von George Peppard, den meisten besser bekannt als Hannibal aus dem A-Team. Jeder dieser Charaktere bringt seine einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten in die Gruppe ein und gemeinsam stellen sie sich Sader in einer letzten entscheidenden Schlacht. Herrscher im Weltraum zeichnet sich durch seine kreative visuelle Gestaltung aus, die von niemandem geringeren als von James Cameron geleitet wurde. Trotz seines begrenzten Budgets schaffte es der Film eine farbenfrohe und futuristische Welt zu präsentieren, die die Zuschauer in einer anderen Galaxie entführt. Corman war bekannt für seine effiziente und kostengünstige Arbeitsweise und produzierte eine Vielzahl von Kultfilmen in den 50ern, 60ern und 70er Jahren. Sader war einer seiner Versuche, das Science-Fiction-Genre zu erkunden, um von dem Erfolg eines ganz bestimmten Filmes zu profitieren, nämlich von Star Wars. Obwohl der hier vorliegende Film von »Die sieben Samurai« von Akira Kurasawa inspiriert wurde, schafft er seine eigene Identität und erweitert das Konzept auf den Weltraum. Regisseur Jimmy Timurakami, der zuvor als Animator für Filme wie »Yellow Submarine« gearbeitet hatte, brachte seinen einzigartigen visuellen Stil in den Film ein und schuf eine futuristische Welt, die von Kurasawas ursprünglichem Werk inspiriert war, aber dennoch eigenständig wurde. Man hatte es geschafft, die traditionelle Heldenreise in ein Weltraumabenteuer einzubinden und gleichzeitig eine Reihe interessanter Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen zu entwickeln. Der Film hat auch eine bemerkenswerte Besetzung, die aus erfahrenen Schauspielern und ausstrebenden Talenten besteht. Richard Thomas, bekannt aus der Serie »Die Waltons«, übernimmt die Hauptrolle des Shad und bringt eine jugendliche Unschuld und Tapferkeit in die Figur ein. George Peppert, der für seine Rolle in der TV-Serie »Das Ateam« bekannt ist, verleiht seiner Figur einen charmanten und raubeinigen Charakter. Darüber hinaus trägt die Präsenz von bekannten Schauspielern wie Robert Vaughan, Sybil Denning und John Saxon dem Film eine zusätzliche Glaubwürdigkeit bei. Sader, Herrscher im Weltraum, wurde von der Kritik insgesamt positiv aufgenommen. Der Film wurde für seine visuellen Effekte, sein energiegeladenes Tempo und seine unterhaltsamen Charaktere gelobt. Obwohl er offensichtlich von anderen Weltraumabenteuern beeinflusst ist, schafft es der Film dennoch, seine eigene Identität zu entwickeln und einen charmanten Retro-Charme zu bewahren. Der Erfolg des Filmes führte zu einer Reihe von weiteren Science-Fiction-Filmen, die von Roger Corman produziert wurden, darunter »Galaxy of Terror« und »Forbidden World«. Diese Filme trugen dazu bei, das Genre des B-Movies-Science-Fiction-Films der 80er Jahre zu definieren und beeinflussten spätere Generationen von Filmemachern. Alles in allem haben wir hier einen unterhaltsamen und actionreichen Science-Fiction-Film. Der Film bietet ein episches Weltraumabenteuer, beeindruckende visuelle Effekte und eine bunte Gruppe von Charakteren. Obwohl er von anderen Filmen wie »Star Wars« und »Die Sieben Samurai« inspiriert wurde, schafft es Sader, eine eigene Identität zu entwickeln und eine unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction und Abenteuer zu bieten. Für Fancy-Stores ist der Film eine lohnenswerte Entdeckung und ein spannendes Kapitel in der Geschichte des Science-Fiction-Kinos. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse, lasst gerne ein Abo oder Like da, vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit Ihr keine weiteren Videos verpasst und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!